Im Unterschied zu jetzt habe ich 47 Kilo mehr gewogen. Also, dass ich übergewichtig bin, das sieht jeder, wenn ich rausgehe. Das sieht jeder, wenn ich das Haus verlasse. Doch, ich habe es als schlimm empfunden. Das ist so ein Hochgefühl und so ein Stolz, der einen so groß macht. Ja, ich glaube, das ist es irgendwie. Stolz. Unheimlich stolz. Untertitelung des ZDF, 2020